Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir in Deutschland haben noch die besten Voraussetzungen, einfach Träume zu verwirklichen. Man findet hier wirklich auch zu sich selbst. Ich sage immer, die letzten 38 Jahre hat es geklappt. Und da klappt es dieses Jahr auch. Frühmorgens in Lembkendorf auf Fehmarn. Bis zu 18 Stunden wird Beate Lübert heute wieder arbeiten. So läuft das seit Jahren, immer zur Saison. Sie betreibt auf der Insel eine Quakeria. Ich stand letztens hier in der Küche und dachte, wie viele Erdbeeren hast du hier schon geschnibbelt? Ja, und seit wann bin ich hier? Seit um viertel nach drei. Ja. Drei Uhr bin ich aufgestanden. Ich muss ja Gott sei Dank noch runtergehen. Und um viertel nach drei war die erste Erdbeere dran. Moin! Moin, Janni, mein Lieber. Na? Hast du gut geschlafen? Ja, voll, ey. Man, wir brauchen ja so viele Erdbeeren heute noch. Ja, wir sind gleich. Lassen wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, da können wir vielleicht noch ... Was haben wir da noch? Vielleicht noch ein Sieb? Ja, können wir machen. Alleine ist das hier überhaupt gar nicht zu schaffen. Wir sind ein schöner Familienbetrieb. Meine Schwester hat hier schon mitgeschnibbelt. Meine Nichte, mein Neppe war letztes Jahr da. Und es klappt mit allen total toll. Sohn Janik ist übers Wochenende aus Braunschweig da. Der 24-Jährige hat Semesterferien. Das ist ja was, womit ich aufgewachsen bin. Das macht ja auch Spaß. Ich bin ja immer hier. Und das ist so, wenn ich nach Fehmarn komme, mache ich hier was in der Quarkküche und fahre ein paar Sachen zum Strand. Geh was einkaufen und koche Rodegrütze und so was. Und das ist eigentlich immer dabei. Halb sieben am Ostseestrand von Wester-Markelsdorf. Ein paar Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Die Insel lernte die gebürtige Sauerländerin über Freunde kennen. Das ist Heimat für mich. Seit 1983 bin ich ja seit dem Herbst hier. Ich wusste vorher überhaupt gar nicht, wo Fehmarn lag. Ich wusste nichts von Fehmarn und dann bin ich hierher gekommen. Ich bin hier zu Hause, auf jeden Fall. Ich lebe eigentlich das ganze Jahr so. Ich mag das auch gerne, wenn ich hier am Strand bin und ich komme nach Hause und sage, war das voll heute. Ich habe zwei Leute getroffen. Und dann eben im Sommer diese vielen Menschen mag ich eigentlich auch. Eine halbe Stunde Gassi gehen mit Mini. Mehr ist nicht drin. Am Südstrand von Fehmarn, einer der beliebtesten Strände der Insel und zur Hochsaison Touristen-Hotspot. Hier verkauft Beatty ihre Quarkspeisen. Mitten auf dem Marktplatz hat sie ihren Hauptstand. Mittlerweile ist es fast neun Uhr. In der Zwischenzeit hat die 61-Jährige noch schnell den Bürokram erledigt. Alles ist genauestens getaktet. Danke schön. Ich schieb schon mal los. Jawohl. Hinten im Supermarkt ist eine kleine Küche, die sie als Lager und zur Kühlung nutzen darf. Produziert hat sie alles bereits zu Hause. Auch ihren hausgemachten Quark. Ganz viele meiner Kunden fragen mich ja, wie rühren sie und was machen sie. Aber das ist tatsächlich ein Geheimnis. Das verrate ich auch nicht. Das Einzige, was ich verrate, und das ist eigentlich die entscheidende Zutat mit viel Liebe rühren. Das ist eigentlich das Geheimnis. Aber alles andere bleibt in dieser Küche bei mir. Janik ist von klein auf mit dabei. Beate Lübert hat ihn allein großgezogen. Nach der Schule ist er immer zu ihr an den Strand gekommen. So, jetzt sind wir startklar. Was dürfen wir Ihnen denn geben? Einmal zu ihm? Und mit Erdbeeren. Beides große Portion? Ja. Sie ist ausgebildete Gymnastiklehrerin, wollte aber immer gern Konditormeisterin werden. Mandarinen magst du doch aber gar nicht. Bist du dir sicher, dass du die ins Bad magst? Hast du andere was oben drauf? Lüski oder Schoki oder irgendwas? Angefangen hat alles mit zwei Regalen aus dem Baumarkt und einem kleinen Kühltresen. Das war 1984. Kokospur oder Früchte noch dazu? Nee, Kokospur. Kokospur. Zu Beginn dachte Beate, mit frisch gepresstem Saft das große Geschäft zu machen. Doch es war ihr Quark, den sie eher zufällig mit auf den Tresen stellte. Dankeschön, mach's gut. Ciao, ciao. Der Soft-Eismann von gegenüber, der klopfte mir so auf die Schulter und sagte, Mensch Mädchen, das wird aber nix. Am Anfang war es auch so, wir mussten auch alles morgens aufbauen und abends hier alles rein. Zehn Jahre ging's tatsächlich tafessiertisch. Und damals war's auch noch so, wenn die Erdbeeren vorbei waren, dann haben wir den Kunden ein Messer in die Hand gedruckt und dann haben die selber noch Erdbeeren mitgeschnitten. Die Erdbeeren haben wir ja noch draußen geschnitten. Beate hofft, dass Yannick das Geschäft übernimmt. Doch der macht gerade sein Bachelor als Wirtschaftsingenieur. Quarkeria ist ein toller Job, ist ja kein neues Unternehmen, die hat schon finanzielle Beständigkeit. Aber jetzt können wir auch vorstellen, dann irgendwann in einem Ingenieursbüro zu arbeiten. Das ist dann so ein bisschen schwierig, da muss man sich entscheiden. Der Kleine ist ein bisschen groß geworden. Er hat sich auf Luft- und Raumfahrtechnik spezialisiert und gute Aussichten auf einen lukrativen Job. So, hallo. Beate wartet ab. Strandurlauber und Windsurfer zieht es seit Jahren auf die Insel. Seit Neuestem kommen auch die Wakeboarder. Der neue Spot direkt am Wulfener Hals. Sechs Jahre Planung, dann Bauphase. Eröffnung im vergangenen Jahr. Das habt ihr richtig spitze gemacht. Chris Konrad und Stefan Schütz, genannt Wolle, haben hart für ihr Großprojekt gearbeitet. Beide sind selbst leidenschaftliche Wakeboarder. Sein Studium als Maschinenbauingenieur hat Wolle dafür abgebrochen. Mit dem Runterfahren dann irgendwie so ... Fährst du das erste Mal gleich? Die linke Rail meine ich. Ganz links, oder? Runterfahren ist das Ding eigentlich ziemlich easy. Du kannst es theoretisch ein Stückchen zu scharf anfahren, dass du eher nach links runterfällst. Den Wall wirst du nicht berühren. Das erste Mal, als ich hier vorne stand, das Setup als allererster Mensch fahren durfte. Ich stand hier auch mit schlottern in den Knien, obwohl ich schon jahrelang Wakeboard gefahren bin vorher. Und einmal rüber, dann ist das tatsächlich wie weggeblasen. Ich bin jetzt zu weit nach rechts rausgefahren und dann konnte ich die Balance nicht mehr halten und bin aufs Gras gefallen. Wir haben hier auf der ersten Anlage eigentlich eine Basisanlage. Da leeren wir das Wakeboard in den Grundzügen. Da geht es eigentlich darum, den ersten Start zu schaffen, die erste gerade Strecke zu schaffen und dann die Kurven. Danach geht es rüber auf die Bahn zwei. Da sind dann die ersten beiden Obstacles drin, also Obstacles oder auch Features genannt. Das sind diese ganzen Rampen, die hier in dem Wasser rumschwimmen. Und da kann man sich dann das erste Mal über so einen Kicker, das sind die Dinger, die einen in die Luft bringen oder den Table da hinten, das ist das, wo man drüber rutscht. Da kann man die ersten Erfahrungen drauf sammeln und das moderne Wakeboarden kennenlernen. Diese Bahn ist für Fortgeschrittene. Mit ihren unterschiedlichen Ebenen ist die anspruchsvoll. Die Gruppe ist aus Nordrhein-Westfalen angereist. Wolle und Chris sind bekannt aus dem Internet. Wir kennen euch ja eigentlich schon zu gut, so ein Jahr Videoblog. Hast du geguckt? Ja, natürlich. Deswegen ist das gerade so, als wenn wir schon mal öfter hier waren. Es geht voll vielen so, die kennen sich hier genauso aus wie wir, die Leute, die das alle durchgeguckt haben. Du weißt ja sogar, wie das Lager aussieht. Ich wollt grad sagen, wir wissen alles. Das ist doch geil, ey. In ihrem Videoblog haben sie den Baufortschritt wöchentlich festgehalten. Chris hat Kommunikationsdesign studiert und alles geschnitten. Das ist schon großartig und das macht ja auch jeden Tag aus. Wir kommen hier an, wissen nicht, was uns erwartet. Dann geht die Tür auf, kommt so eine Trummel rein. Geil, wir kennen euch aus dem Internet. Das schockt. Wir sind hier jeden Tag gerne. Der Wecker klingelt morgens und wir rennen zur Anlage mehr oder weniger. Und dann kommen hier jeden Tag Leute, die wir noch nicht kennen, aber nach dem Tag kennen wir die dann alle. Und das ist halt das, was einen jeden Tag hierher treibt und macht so viel Spaß. Viel Spaß. Einige Profis testen hier zur Saison gerne mal die neuesten Boards. Ihn kennen die beiden schon seit Jahren. Jerome geht fast täglich auf die Bahn. Das war ein blutiger Anfänger. Er ist vorher noch nie gefahren. Erst Wasserskifahren, danach Wakeboarden, dann die ersten Rampen. Das ist schon richtig schön. Das ist schon großartig, das so zu sehen, wie gut er geworden ist. Haha! Chris und Wolle haben ihn unter ihre Fittiche genommen. So kann Jerome nach Feierabend weiter trainieren und an seiner Karriere feilen. Für mich ist das kein Sport, für mich ist das Kunst, muss ich sagen. Die Art von ... Ich bin ganz aus Atem. Die Art und Weise, wie man Tricks macht, geht halt von Atem. Von A bis Z. So ist jeder irgendwie einziger. Wir in Deutschland, wir haben doch die besten Voraussetzungen, einfach Träume zu verwirklichen. Und das zusammen mit dem Gedanken, dass man echt nur ein Leben hat und daraus irgendwie das Maximum rausholen muss oder sollte, meiner Meinung nach, hab ich gedacht, hey, was mach ich denn am liebsten? Ja, Wakeboard fahren. Und so im Grunde, kann man sagen, kam diese Idee in meinen Kopf. Dann ging's los, dass wir halt immer mehr Leute überzeugen mussten. Ja, sauber, Baubeginn. Geil, los geht's! Das versteht ja keiner. Wir buddeln da ein Riesenloch. Danach kann man die Wiese nicht mehr benutzen und wir ziehen da Leute übers Wasser. Wem soll man das? Das war sehr viel Überzeugungsarbeit. Aber wir sind hier auf ... Man muss dazu auch noch sagen, wir waren da auch noch 24-jährige Typen mit langen Haaren, die da einfach unsere Idee um die Ecke kommen. Das ist ja auch nicht ganz einfach, dann da Gehör zu finden, sag ich mal. Kurz bevor die Bagger anrollten, machte eine Bank sogar noch einen Rückzieher. Es hat viele solcher Rückschläge gegeben, sagen sie. Aber aufgeben sei für die beiden nie eine Option gewesen. Musik Das ist ein wunderschöner Moment. Man hat diese Ruhe hier. Man hat hier gar keinen Straßenlärm. Man hat hier nur die Vogelstimmen. Und man kann hier einfach draußen sein, ist wirklich sehr mit der Natur verbunden und kann total tolle Beobachtungen machen. Sie ist die diesjährige Schutzwartin auf dem Krummsteert. Ein besonders geschützter Ort auf der Insel. Nur Ronja Sommerfeld darf ihn betreten. Sie kartiert hier die Vögel. Da hat gerade eine Dorngrasmücke gesungen. Sitzt dort irgendwo da drüben im Busch. Mal gucken. Aber hinten sitzt sie. Ich schreib sie mir auf, die Dorngrasmücke. Das wäre DG und ein kleines Plus. Das bedeutet, dass die quasi singend oder balzend in dem Fall ist. Ein halbes Jahr beobachtet sie für den NABU Schleswig-Holstein die Vogelwelt. Sie ist studierte Übersetzerin. Das Wissen über Vögel hat sie sich selbst angeeignet. Hier gibt es eben vor allem Wiesenpieper und Feldlärchen. Das sind beides Bodenbrüter. Die mögen es natürlich, dass die Vegetation hier recht hoch steht, dass hier keiner drüber läuft und nicht gemäht wird. Dann mit den kleinen Hecken. Das ist gerade für den Wiesenpieper schön. Der setzt sich gerne drauf, nutzt es als Singwarte und kann von dort aus auch in den Singflug steigen. Die Feldlärchen singen einfach so oben vom Himmel. Normalerweise lebt die 26-Jährige in Baden-Württemberg. Ich komme aus dem Binnenland. Wir haben auch kaum große Seen in der Nähe. Ich wollte gerne an die Küste, gerade die ganzen Küstenvögel beobachten. Das ist schon spannend. Auch das Brutverhalten auf dem Küstenstreifen dokumentiert sie aufs Genaueste. Auslandfische und auch andere Bodenbrüter, die am Strand brüten, die machen sich einfach so eine kleine Mulde irgendwo mitten. Das kann auch hier vorne mitten im Sand sein. Kleiden die manchmal aber auch manchmal nur sehr spärlich aus. Hier sieht man, es sind halt ein paar Steine, ein bisschen Muschelschalen mit drin. Hier waren drei Eier drin. Die sind jetzt alle komplett weg. Ich gehe mal davon aus, dass die ausgeräubert wurden, entweder Fuchs oder auch Krähen. Die nehmen sowas ganz gerne mal, wenn sie so Eier finden. Die Kamera, die sie zur Beobachtung aufgestellt hat, liefert den Beweis. Eigentlich soll dieser Schutzzaun verhindern, dass Füchse sich hier niederlassen. Auch Touristen soll er fernhalten, denn das Betreten ist verboten. Wir durften Ronja nur mit einer Ausnahmegenehmigung filmisch begleiten. Sie lebt allein in dieser Hütte. Ich würde es nicht als einsam bezeichnen. Man muss sich auch mal mit sich selbst beschäftigen. Also man lernt schon, dass man nicht immer irgendwelche Einflüsse von außen braucht, sondern dass man auch mal hier Zeit für sich hat. Es ist eher ein schönes Gefühl der Abgeschiedenheit, dass man wirklich mal draußen ist von dem ganzen Trubel und dem ganzen Lärm weg. Kein fließendes Wasser, nur eine Öko-Toilette und der nächste Ort zum Einkaufen ist sieben Kilometer entfernt. Zum Wasser holen muss Ronja einmal quer rüber bis zum Leuchtturm. Aber das alles nimmt sie gern in Kauf. Der Campingplatz in Altenteil, direkt am Naturstrand im Nordwesten der Insel, hat neue Besitzer. Nach zehn Jahren Insolvenz. Und die übernachten selbst gern mal hier. Mit so einem Ausblick hier, besser geht's ja nicht. Wir haben nicht immer so einen schönen Platz hier. Wir haben uns hier heute mal dazwischen gemogelt, eine Nacht. Sonst bleibt das natürlich den Gästen vorbehalten hier. Aber es ist trotzdem traumhaft heute hier. Also wir waren ja auch schon früher mit unseren Campern immer auf dem Campingplatz. Und es fühlt sich jetzt natürlich doppelt gut an, wenn man weiß, man kann noch öfter hier sein. Die Idee ist eigentlich gemeinsam entstanden. Als wir Wind davon bekommen haben, dass es diesen Platz hier zum Erwerb gibt, da haben wir alles stehen und dienen gelassen und uns drauf gestürzt. Den ganzen Winter über haben die Hamburger Jens Köhler und Johannes Vieten den Platz renoviert. So, was fehlt noch? Ähm, die Milch aus dem Kühlschrank. Die Milch. Die beiden haben Geografie mit Schwerpunkt Tourismus studiert, kennen sich seit gut 20 Jahren. Ich finde das immer so krass, wenn man hier morgens aufwacht und alle schleichen über den Platz und flüstern. Und es ist aber eigentlich schon neuneinhalb, zehn. Sehr angenehm. Im April haben sie eröffnet. Man muss sagen, das hat sich ja alles aufgebaut, weil es über ein Jahr gedauert hat, bis dann die Eröffnung war. Und als dann Ostern hier der Campingplatz voll war und abends ne gute Atmosphäre war und man gemerkt hat, wie man die Leute hier zusammenbringt. Das war schon ein sehr schönes Gefühl. Das war der Moment, wo ich mich stolz gefühlt habe. Jetzt müssen sie die Kosten wieder reinholen. Wie sieht's denn aus für nächste Woche, wenn hier der Ferienansturm losgeht? Okay. Wir sind auf nem guten Weg, aber wir freuen uns über jeden Gast, der noch zusätzlich kommt. Und immer wenn hier so freie Flächen sind, dann müssen wir auch manchmal uns Aktionen überlegen, mal ne Mindestmiete ein bisschen aufbrechen oder so. Ja, moin. Willkommen erst mal. Ja, danke. Wart ihr schon mal hier? Ich war mal als kleines Kind hier, ja. Als kleines Kind? Ja, ich weiß auch nicht mehr genau wo, aber ich war schon auf jemandem. Okay, aber hier auf dem Platz noch nicht? Nee. Dann gucken wir mal, wo ihr stehen möchtet. Wir haben nämlich hier vorne ein paar Plätze wieder eröffnet, kann man sagen. Da haben viele drauf gewartet, das ist jetzt genehmigt und die sind wirklich mit direktem Meerblick, die haben keinen Strom. Ich weiß nicht, wenn ihr autark stehen könnt, zwei Tage oder so, dann können wir euch den direkten Meerblick anbieten. Gerne. Perfekt. So, Vorsicht, nicht abstürzen hier in die Düne. Der Surferstellplatz ohne Strom liegt bei 30 Euro am Tag. Fröhliches Kind, sehr gut. Ja, hier, SP9. Dann fahrt ihr hier einfach hin, tagt euch ein, vorwärts, rückwärts. Jetzt ist Ostwind gerade aufgekommen, morgen ist stärkerer Ostwind. Am besten so und dann könnt ihr auch aus dem Heck, aus dem Hergucken, ist ja eh besser für euch. Cool, alles klar. Dann machen wir das so, ne? Danke dir. Ein Stellplatz mit Meerblick kostet bis zu 50 Euro. Die Preise haben sie erhöht, um wieder Geld in die Kasse zu spülen. Eine siebenstellige Kaufsumme mussten sie für diesen Platz bezahlen, dazu noch Ausgaben im hohen sechsstelligen Bereich. Viel investiert, würde ich sagen. Viel Kraft, aber auch natürlich viel Geld. Also, ich glaube, wir denken gar nicht so mutig, aber ich glaube, viele denken, dass wir mutig sind, weil wir diesen Platz gekauft haben aufgrund seiner Historie mit der Lage im Naturschutzgebiet und auch mit dem steigenden Meeresspiegel. Und wir sind da nicht blauäugig drangegangen, aber mit einer gesunden Portion Optimismus. Und die möchten wir uns, glaube ich, auch ein Stück weit bewahren. Direkt an den Campingplatz grenzt das Naturschutzgebiet Makelsdorfer Hug. Der Verein Haff und Hug fährt schweres Gerät auf. Die ehrenamtlichen Naturschützer wollen heute die Brutflöße aufs Wasser bringen. Dieses Floß ist vier Jahre alt. Und das zweite Floß, was wir auch noch ausbringen werden, das ist drei Jahre alt. Das ist ein bisschen geschmeidiger, das hakt so ein bisschen, da haben wir unsere Erfahrung gesammelt. Aber das ist unser Prototyp. Matthias Krause leitet die Aktion. So, die Flussischwalben, die warten schon direkt. Also ich denke mal, wenn wir es dann eingesetzt haben, dann kommen die auch sofort. Ja, da sitzt der Herr. Die Flöße sind ja so eine Art Ersatzbrutraum. Die werden sehr gern von den Flussischwalben angenommen. Für gewöhnlich brüten die natürlich an der Küste. Die Küste konkurriert natürlich auch mit Urlaubern. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Prädatoren, so wie Vöchse oder so, die auch die Küste natürlich auch absuchen. Insofern sind die dann natürlich total sicher. Also ich glaube, in Schieswig-Holstein haben wir fast 90 Prozent der Flussischwalben, die auf Flößen beruhen. Deswegen sagt man Spaßeshalber, es ist die Floßseeschwalbe und nicht mehr die Flussseeschwalbe. Um es so naturgetreu wie möglich zu gestalten, wird das Brutfloß mit Kies aufgeschüttet. Die Flussschwalben brauchen normalerweise zum Brüten ungestörte Strände. Normalerweise brauchen die Vögel zum Brüten ungestörte Strände. Doch die sind mittlerweile rar. Später werden sich hier bis zu 18 Brutpaare niederlassen. Weiter geht's zum Fastensee an der Westküste Fehmarns. Auch dieses Naturschutzgebiet wird von den rund 100 Vereinsmitgliedern betreut. Die meisten von ihnen leben auf der Insel. Diesmal helfen auch Schüler mit. Das Projekt ist Teil des Unterrichts. Weil die Vögel natürlich immer weniger Platz zum Brüten haben, brauchen die jetzt auch Unterstützung von uns Menschen. Und das finde ich auch gut, dass wir das machen. Die Natur hier ist natürlich einzigartig. Und das auch zu verbinden und den Schülern das auch mal vor Ort zu zeigen, wie man das so machen kann. Das ist natürlich viel besser als in der Schule zu sitzen und das Buch aufzuschlagen. Darf ich einmal ganz kurz, wir machen jetzt, dass wir den Kies einmal aufladen. Und dann könnt ihr hier die Kamera schon mal installieren, sodass wir einmal fertig werden hier, bevor wir das alles rüberschieben. Das wäre ganz schön. Vögel ziehen Vögel an. Die Flussgeschweim haben das Brutfluss angenommen und dadurch hat sich da so eine Brutzone mit dem Brutfluss zusammen entwickelt. Und jetzt sind da über 100 Brutpaare und sowas alles. Das hat sich so eigentlich, da sind wir ein bisschen stolz drauf, hat sich das eigentlich ganz schön entwickelt. Einfache Dachziegel als Sonnenschutz. Ausgeklügelte Technik zur Live-Übertragung. Klaus Kreiselmeier und seine Schüler installieren auf dem Floß eine Webcam, um das Brutverhalten live in die Inselschule zu übertragen. Dafür brauchen sie auch diese Richtfunkantenne. Energie durch Sonne und wir speichern diese Energie mit unserem Akku, den wir vorhin da reingehoben haben. Und auch wenn wir mal keine Sonne haben sollten, so ein bisschen wie jetzt, dann haben wir immer noch genug Saft, um halt auch die Kamera und die Antenne da oben mit Strom zu versorgen. Auf geht's Richtung Brutzone. Alles Landratten hier. Einmal quer durch den See. Schwerstarbeit. So, wir haben die Hälfte geschafft. Hier vorne da, kannst du ja sehen, da wo das gelb ist am Ufer, da müssen wir ein bisschen dran vorbei. Hier rechts fängt da die Brutzone gleich an. Hier ist so eine Steinpackung im See, so ein Riff. Da müssen wir gleich rechts dran vorbei. Und dann feinen wir das mal an und dann gucken wir, nachher wird das Kraut entscheidend, wie weit wir kommen und dann gucken wir mal. So. 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 So ist das hier. So. 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 Guck mal. Guck mal. Hier lichtet sich das. Können wir hier jetzt schon mal langsam driften und dann schon mal drehen. So. So. Jetzt schon. Das Solarpanel in die Richtung. Das Thema Artenschwund ist etwas, was wir meines Erachtens genauso wichtig nehmen müssen wie den Klimawandel. Es geht Hand in Hand. Das eine kann man nicht ohne das andere denken. Aber das, was wir hier tun, ist ja auch etwas, was gegen den Artenschwund versucht, gegen anzukämpfen. Indem man, wie wir hier sehen, Brutplätze schafft. Indem man, wie wir dort sehen, Brutplätze abzäunen mit Elektrozäunen, um noch kleine Refugien den Vögeln zu bieten, wo sie brüten. Genau. Diese schöne Brut, ey. Es geht doch darum, dass wir Sachen finden, die wir gemeinsam machen können, die auch spannend sind. Das Kameraprojekt spricht vielleicht Leute an. Denen ist das vielleicht jetzt mal egal, wie viele Vögel irgendwo brüten. Aber die mögen das diese Technik. Man muss sich ja mal vorstellen, wir sind hier mitten auf dem See und hier ist weitumreich keine Steckdose. Also wir haben das aber geschafft mit den Windmüllern zusammen. Eine WLAN-Verbindung haben wir hier. Wir haben Richtfunkantenne und das in der Valapampa. Und das sind so Sachen, da sind auch Schüler für zu begeistern. Und das ist ein super Projekt. Paul, deine Schoki? Banatenschoki? Gehst du Schoko? Ferienzeit. Beate muss jetzt das Geld fürs ganze Jahr verdienen. Dann sind 6,80 bei dir. Deshalb eröffnet Yannick für sie den zweiten Stand. Direkt an der Strandpromenade. Mal wieder hilft er aus. Tipptopp. Auch Beate spürt den Personalmangel. Früher wollten alle ganz viel arbeiten. Da brauchte ich nicht so viele. Aber jetzt wollen ... Das hat sich hier Work-Life-Balance und diese ganzen schicken Geschichten. Das hat sich geändert. Dadurch brauch ich fast doppelt so viele. Es ist so ein Geeier vom Tag zu Tag eben. Wer kommt und wann und wie. Immer wenn morgens das Ding macht, dann denkt man ... Keine Absache. Am Samstag kann ich den zweiten Stand gar nicht aufmachen. Es ist Sonne, aber ich muss zulassen, weil's nicht anders geht. Möchten Sie einen großen oder einen kleinen Becher haben? Ich nehme einen kleinen. Beates treueste Mitarbeiterin ist Julia, seit acht Jahren. Ja, ein paar Pfingsten, weil da war ganz wenig los. Und meinte Beate, komm doch mal vorbei. Und dann stand ich hier und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Es war so voll, wirklich. Es war so voll, da hab ich gar nicht irgendwie so mit gerechnet. Ich hab das eigentlich ... Aber irgendwie, glaub ich, kam die Sonne durch. Auf jeden Fall war das einer unserer besten Pfingsttagen. Und ich sag, Julia, das tut mir ja so leid. Aber sie hat super durchgezogen. Ich nehm auch neutraler Quark, aber geht es nur mit der Soße? Ja, sicher. Und du bist schon groß und nimmst einen großen Becher? Reicht auch einen kleinen, oder? Reicht auch. Wegen seiner Abschlussprüfungen plant Yannick, diesen Sommer nicht mehr aus Braunschweig hochzukommen. Noch immer ist er hin- und hergerissen. Der große Vorteil hier am Quarkstand ist, dass es von April bis Oktober geht. Und im Winter geh ich immer viel Skifahren. Ich hab mal einen Landesskilehrer gemacht in Tirol. Geh viel da in die Skischule noch im Winter. Und das mach ich auch sehr gerne und würd das auch gerne noch weitermachen. Ich weiß nicht, wie sich das dann entwickelt irgendwann. Aber mit der Quarkeria ist das möglich, in so einem ganz normalen 9-to-5-Job. Eher nicht so. So, ihr beiden, kann ich noch irgendwas tun hier für euch? Habt ihr alles ganz gut? Ja. Ich glaube, dass sie heute spät kommen, weil jetzt nix so los ist. Die Saison läuft schleppend an. Noch bleibt Beate gelassen. Bis jetzt hat sie alles irgendwie geschafft. Es ist ja wie ein Baby für mich, was so gewachsen ist. Und es ist so viel Herzblut da drin. Und natürlich bin ich auch stolz drauf. Da steckt ja so viel Arbeit hinter. Und da bin ich schon stolz, ja. Da kommt Lidzi. Dafür verzichtet sie auf einiges. Ich war wirklich tatsächlich letzten Samstag ein einziges Mal essen. Und das mach ich normalerweise überhaupt gar nicht. Weil das bringt auch so viel. Dann vergesse ich leicht eine Bestellung. Und dann muss ich am nächsten Tag das aufholen, was ich an dem Abend nicht gemacht hab. Und das mach ich eigentlich nicht. Aber ich kenn das ja nicht anders. Das betrifft viele Insulaner. Mit Surflehrer Dirk Müller hat Beate mal in einer WG gewohnt. Na, Potti, was ist los bei dir hier? Ja, im Moment ist ruhig. Aber da war so viel zu tun, Leute. Ach, ihr hattet ja Strand-Olympiade hier. 840 Kinder wollten Eis. Oha! Und hast du das alles im Griff? Das bin ich müde. Wir kennen uns natürlich aus Hamburg. Lange Reihe 113. Aber waren wir nicht vorher auf diesem ... Auf dem Lehrgang. Auf dem Lehrgang, äh, was, ein großes Meer? Oder wie heißt der da bei Aurich-Emden? Wie heißt dieses ... Ja, das große Meer. Große Meer. Ich glaub, da waren wir zusammen auf dem Lehrgang. Da waren wir zusammen auf dem Surflehrer-Lehrgang. Ja. Wo ich immer gehofft hab, dass wenig Wind ist und ich keinen Wasserstart machen muss. Okay. Kannst du ihn denn jetzt? Ja, 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 perfekt. Also, vor 30 Jahren konnte ich ihn jetzt perfekt. Jetzt bin ich, glaub ich, nicht mehr so böse auf. Die beiden sehen sich meist nur zum Saisonauftakt. Das ist einfach, glaub ich, bei vielen so. Wir haben in der absoluten Hochsaison mit relativ wenig Leuten zu tun. Das geht einfach richtig Vollgas. Einfach für viele auch 10, 12, 14 Stunden am Tag. Sie fängt ja auch immer früh an. Und dann, dass man dann abends auch noch irgendwo essen geht, zum Beispiel eher selten. Das machen wir im Herbst oder so mal, aber in der Hochsaison eher nicht. Dirk Müller arbeitet im Winter noch als Skilehrer. Lebt das Leben, mit dem auch Yannick liebäugelt. Auch Beate hat früher außerhalb der Saison auf dem Festland zusätzlich ihr Geld verdient. Na, ihr Lieben, alles schick bei euch? Ja, klar. Was soll ich noch mitnehmen? Wir haben noch was Leergut, das euch noch zwei Namen gefüllt. Mittlerweile ist sie das ganze Jahr über auf der Insel. Auch deshalb muss der zweite Stand möglichst viel abwerfen. Zusätzlich zu ihrem Hauptgeschäft, wo sie auch diese Saison wieder bis Ende Oktober arbeitet. Diesmal ist Ronja auf öffentlichen Wegen unterwegs und in Begleitung. Alle zwei Wochen bekommt die Vogelwartin für einen Tag Unterstützung. Na, was meinst du, was sehen wir heute? Mal schauen. So ein paar Graurea stehen auf jeden Fall da. Wie Ronja kommt auch Malte aus Baden-Württemberg. Der 19-Jährige macht ein Praktikum für sein Biologiestudium. Da waschen sich zwei Mittelsäger. Siehst du die? Ehrlich? In welchem ... Im rechten Küstenrand. Oh ja, tatsächlich. Jetzt ... Einmal schütteln. Zwei Mittelsäger, die notiere ich gleich mal. Malte ist zum Glück auch ziemlich erfahren. Das heißt, das ist eine super tolle Ergänzung. Man kann sich da auch mal unterhalten, wenn man sich bei irgendwas nicht ganz sicher ist. Und man kann auch einfach sehr entspannt auf jeden Fall zählen. Und zwei Graurea? Ich finde, die Vögel sind erstmal ein unglaublich gutes Kennzeichen, um zu wissen, was so los ist in der Natur. Und man kann sie einfach super gut beobachten. Sie sind wunderschön und einfach ziemlich hübsch. Außerdem sind sie uns irgendwie in vielen Sachen sehr ähnlich. Auf Spurensuche im Pflögerwatt. Hast du gesehen, wie die Familien hingeschwommen sind? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie sind irgendwo ins Schilfhäne. Ich glaube, sie sind irgendwo ins Schilfhäne. Hast du die Küken schon gezählt? Ich konnte es mit dem Fernglas nicht ganz erkennen, wie viele Küken das sind. Das eine waren auf jeden Fall nur so ein Satz zwei und das andere waren so mindestens sechs Stück. Alle Ehrenamtlichen werden hier dringend gebraucht. Wir haben generell einen absoluten Mangel an Personal. Es gibt eben immer was zu tun. Das Gute an diesem Gebiet ist eben, dass man aber auch alles Mögliche andere macht, was in irgendeinem Maße mit Natur zu tun hat. Biotoppflege, Landwirtschaft und Umweltbildung sind einige der Aufgaben im Vogelreservat Wallnau. Die meisten absolvieren wie Ronja einen bundesfreiwilligen Dienst oder ein freiwilliges ökologisches Jahr. Die Erfahrungen, die man hier macht, sind wirklich unbezahlbar. Ich bin unglaublich neugierig. Ich möchte möglichst viel gesehen haben. Das ist wirklich für mich selber total bereichernd. Ronja hat sich bewusst dafür entschieden. Sie wollte Abstand zu ihrem Beruf als Übersetzerin. Dreimal mussten die Inselschüler erneut zum Brutfloß warten. Die Technik hat gestreikt. Jetzt läuft die Übertragung. Doch es gibt ein neues Problem. Heute Morgen, als ich da zum ersten Mal aufgeguckt hab, da hatte ich mich gewundert, dass da irgendwie alle Vögel am Fliegen waren. Dann sah ich die Mantelmöwe, wie sie da alle Nester abgingen. Die scheint das als Frühstücksbuffet gecheckt zu haben. Und ich befürchte, dass sie da jeden Morgen einmal spazieren geht. Vogelansammlungen ziehen natürlich auch Feinde an. Das ist natürlich so, auch wenn sie sich ganz gut wehren können. Aber an anderen Räumen, wo die auch vereinzelt nur liegen, die Vögel oder Brüten, da werden sie auch geräubert, werden sie auch gefunden. Also Feinde haben auch Hunger und die finden das. Und die, die noch da sind, sind auch echt nervös. Eigentlich ist das schon ein bisschen leergeräumt. 14 Schwalbenpaare haben dort ursprünglich gebrütet. Da muss man irgendwie gucken. Hat die Mantelmöwe auch bestimmte Zeiten, wo sie dann kommt? Ich denke, dass sie jeden Morgen so gegen halb sieben, sieben. Da, wenn du gerade Frühstück zu Hause hast. Das müsste man in den Morgenstunden einfach mal aufnehmen und die auf dann immer durchgucken. Ja. Das ist ein bisschen Arbeit, aber das tut mir nicht alles. Klaus Kreiselmeier und seine Schüler legen sich auf die Lauer. Und tatsächlich. Am nächsten Morgen schlägt die Mantelmöwe wieder zu. Am Ende hat sie das ganze Brutfloß ausgeräubert. Aber das ist alles sinnmacht, wenn du Brutfloß sehen kannst. Wir werden bloß gesehen. Einer muss arbeiten. Auch die Campingplatzbetreiber Jens und Johannes interessieren sich für das Schulprojekt. Die beiden arbeiten schon länger mit dem Naturschutzverein zusammen. Auch weil ihr Platz mitten im Schutzgebiet liegt. Gemeinsam entwickeln sie umweltfreundliche Konzepte. Matthias bietet an, auch hier eine Live-Übertragung vom Brutfloß zu installieren. Man könnte den Monitor auch ohne Probleme hier hinstellen. Also wir haben den ja zur Verfügung. Wenn ihr wolltet, einen Monitor hier hinstellen, können wir das gerne machen. Ja, aber dann lass uns zusammen mit Gesprächen eine Erklärungstafel oder Infotafeln haben. Ja, genau. Fällt gut. Gute Idee. Wir sind hier mitten in der Natur und wollen das auch entsprechend so leben. Klar ist aber auch, dass das nicht von einem Tag auf den anderen alles funktioniert. Also das sind halt technische Dinge mit Photovoltaikanlagen und neuer, Leitungen für die Heizung, für die Warmwasseraufbereitung. Dann renaturieren wir, also wir lassen zum Beispiel Dünen auch renaturieren und verlagern Stellplätze vom einen Ort auf den anderen. Und dann möchten wir gerne mit den Kids, die hier sind, im Rahmen des Freiluftlabors, dann auch aktiv dazu beitragen, dass wir zum Beispiel Dünengräser, die auch hier heimisch sind, dann wieder neu anpflanzen. Die meisten Insulaner und Dauercamper sind froh, dass der Campingplatz gerettet ist. Zu Beginn allerdings wurden die Hamburger kritisch beäugt. Gerade am Anfang waren wir eher verdeckt unterwegs, weil wir auch noch nicht sagen durften, wir sind die Neuen. Da hat man schon gemerkt, dass die Gerüchteküche brodelt. Aber wir haben eigentlich gemerkt, in dem Moment, wenn wir in den Dialog gegangen sind, dass wir viele Sorgen, Ängste, Nöte, die eigentlich auf Gerüchten basierten, ziemlich schnell umkehren konnten, weil wir in der Regel Gutes im Schilde führen. Moin, Herr Binke. Moin. Moin, Herr Binke. Moin. Tourismusdirektor Oliver Binke verspricht sich viel von den neuen Besitzern. Ich finde es ganz toll, dass dieser Campingplatz in neue, junge Hände gekommen ist. Und wir hoffen uns durch das Konzept, dass dieser Campingplatz sich auferlegt hat, auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hier auf der Insel. Letztendlich ist Fehmarn zu 75 Prozent von Schutzgebieten umgeben. Das wissen wir, das ist ein besonderes Gut, das wir hier um Fehmarn haben. Mit dem müssen wir pfleglich umgehen. Im Einklang mit allen Beteiligten natürlich. Da darf der Tourismus nicht ganz ins Stocken geraten, aber wir dürfen auch nicht zulassen, dass diese Naturschutzgebiete verletzt werden. Deshalb überlegen sie, hier einen Naturlehrpfad zu entwickeln. Auch für den Naturschutz kann der Tourismus ein Motor sein. Das heißt, wir müssen mit dem Tourismus arbeiten und gucken, was können wir dazu beitragen, dass dieser, jetzt sind wir hier zum Beispiel beim Campingplatz, das ist ein hochsensibler Bereich, dass dieser weitestgehend geschützt ist, aber die Leute sich nicht ausgeschlossen fühlen. Die machen hier ein Wirtschaftsunternehmen, das ist keine Frage, das ist ein Campingplatz. Und wir machen Naturschutz, das ist keine Frage, wir machen Naturschutz. Aber da die Schnittmengen zu finden, Win-Win ist ja immer das tolle Wort, da müssen wir dran arbeiten und das schaffen wir nur, indem wir uns grundsätzlich aneinander austauschen. Hier, direkt neben dem Campingplatz, funktioniert die Idee mit dem Brutfloß. Wirst du mal rein stiefeln hier, gucken, ob das passt? Ja, doch. Von der Länge her wäre das besser für dich als ein blaues, auf jeden Fall. Schau mal. Ja, guck mal, das passt, das ist super. Guck mal, dann haben wir alle versorgt, glaube ich, oder? Würdest du gleich anfangen? Nee, ich möchte lieber zwei. Ich kann anfangen. Du kannst anfangen, perfekt. Ich bin Wolle, wir machen heute den Kurs zusammen. Für euch geht es heute darum, Kurven zu üben, also Kurven perfekt zu fahren. Und ihr beiden lernt das Wakeboarden. Das ist ganz gut, dass die alle vier das schon mal gemacht haben. So könnt ihr das schneller anschließen, weil ihr schon seht, wie es funktioniert. Wir starten immer hier im Sitzen von der Matte, so wie das hier schon hervorragend vorgemacht wird. Genau, schön weit nach vorne an die Kante rücken, eine leichte Beugung im Arm. Wenn der Arm schon gestreckt ist, ist es viel schwieriger, den Arm anzuwinkeln. Wenn ihr eine leichte Beuge drin habt, könnt ihr viel kraftvoller an der Hantel ziehen, falls ihr das mal müsst. Dann mit beiden Füßen gegen das Wasser drücken, klein machen und dann geht das auch schon los. Sein Ziel, die Kursteilnehmer in vier Tagen auf die große Bahn zu bringen. Perfekt. Doch erst einmal geht es dem 33-Jährigen darum, ihnen das richtige Gefühl fürs Brett zu vermitteln. Sehr gut. Das machst du jetzt noch mal ganz genau so. Du drehst das rechte Bein nach vorne, stellst dich dabei aber nicht volle Kanne aufs hintere Bein, sondern bleibst ein bisschen auf beiden Beinen stehen. Und dein Oberkörper verdreht sich in genau die andere Richtung. Und das kannst du ganz langsam auch machen. Wichtig ist nur, dass du es bis zum Ende machst, bis das Board in die Richtung schaut. Und das kannst du einfach mal ausprobieren, kann nichts passieren. Jawoll! Es ist keine zwei Minuten gedauert und du bist deine erste Strecke Wakeboard gefahren. Hast rein! Natürlich muss man irgendwie die Grundsportlichkeit mitbringen, aber wir sagen, als Voraussetzung haben wir zwei Dinge. Man sollte schwimmen können und eine Kniebeuge schaffen können. Und wenn man das beides erfüllt, dann kann man auch Wakeboard fahren. Und eine Kniebeuge kriegt ja eigentlich jeder Mensch hinten. War am Anfang bisschen komisch, weil man so gezogen wurde, aber jetzt macht Spaß auf jeden Fall. Sieben Tage die Woche haben sie geöffnet. Freimachen ist nicht. Wir haben auch die Bahn von morgens um acht bis abends um zehn laufen. Auch wenn das nachher nicht mehr bis zehn hell ist, machen wir unsere Flutlichtanlage hier an. Und dann gehen die Kurse auch trotzdem bis 22 Uhr weiter. Das ist schon wichtig für uns, dass wir so viele Stunden am Tag wie möglich hier Betrieb machen. Jawoll! Genau, da rüberschauen und reinlegen. Genau, auf die Kante, auf die Kante, auf die Kante. Ganz genauso. Den nächsten Kurs übernimmt Chris. Ihr seid alle aus dem Ferienkurs? Ja. Kannst du dich auch mit anstellen? Beste Reifen. Viel Spaß. Ja, danke. Noah? Noah, dann geht das gleich los. Pass auf, nächste Runde bist du dran. Bauch anspannen und nach vorne springen. Aber noch nicht. So. Drei, zwei, eins. So, aus dem Wasser ist einfacher. Die meisten haben hier schon etwas mehr Erfahrung. Die Landung. Die Landung war das Problem. Hatte mehr Druck hinter und dann war es schwierig, das Board noch ordentlich zu positionieren auf dem Wasser. Aber das wird. Jetzt mach doch mal genau das Gleiche. Aber diesmal fährst du von innen, jetzt hast du halt nicht den Schwung aus der Kurve. Diesmal fährst du von innen direkt rüber. Spät anfahren, dann hast du mehr Druck auf der Kante. So, jetzt aber schön rüber da. Seit einer Schulterverletzung unterrichtet der 34-Jährige nur noch. Am Anfang war das natürlich nervig, aber ich wurde jetzt sieben operiert und irgendwann sieht man das halt auch ein, dass man das vielleicht nicht mehr so machen sollte. Deswegen habe ich auch eine Zeit lang in Süsel an anderen Wasserscheerenlage immer noch gearbeitet, weil man irgendwie noch den Bezug zu der Community haben will. Und deswegen bin ich halt auch dabei geblieben. Und dann kam Wolle irgendwann mit der Idee, dass wir uns selbstständig machen wollen. Jetzt muss ich mich für keinen mehr rechtfertigen, wenn ich dann doch mal eine Runde fahre, aber das kommt ziemlich selten vor. Ein Schnupperkurs liegt bei 23 Euro. Ohne Brett, man baut kannst auch noch mal eine Runde, klar. Geht los! Ein Ferienkurs bei 219. Derzeit verdienen sie damit am meisten. Und nach so viel erklären steigt Wolle auch gern mal selbst aufs Brett. Man Man vergisst da irgendwie alles. Also, man ist auf dem Wasser und dann ist kurz aus, man macht genau das, worauf man Bock hat. Und dann kommt man irgendwann wieder zurück und dann kann der Trubel weitergehen. Aber so auf dem Wasser ist man so komplett für sich halt. Und keiner schreibt einem irgendwas vor, kann sein Ding machen. Das ist das Beste daran. Bei ihr bestimmt die Natur den Tagesrhythmus. Den Krummstert hat Ronja wie fast jeden Morgen schon kartiert. Vor den anderen Brot- und Rastplätzen, um die sie sich zusätzlich kümmert. Ich gehe heute in das andere Gebiet. Also ich betreue noch ein paar Teiche dazu. Die kartiere ich auch. Und da möchte ich heute die Enten kartieren. Da schaue ich mal. Es sind noch einige am Brüten. Aber es gibt auch schon viele mit Jungen. Da zähle ich dann die Familien, wie groß die sind, wie viele Junge die haben. Und da möchte ich heute mal gucken, was da alles so schwimmt. Vom Deich aus hat sie den besten Blick auf das Naturschutzgebiet Sulzdorfer Wieg. Die meisten sind Nestflüchter. Das heißt, Jungen können direkt nach dem Schlupf sehen und auch schwimmen schon. Das heißt, nach kurzer Zeit verlassen die das Nest und gehen gleich mit den Eltern mit auf Nahrungssuche. Und da sieht man hier auch schon ein paar Familien, die ganz Kleinen, die können schon schwimmen und tauchen, suchen sich schon ihre Nahrung. Und werden von den Eltern einfach zu den besten Gebieten geführt. Das ist total befreiend. Man kriegt wahnsinnig viel mit. Man hört einfach wahnsinnig viel. Man sieht total viel, weil man gar keine Ablenkung durch andere hat. Ich bin wirklich in dem Moment dann hier in der Natur, gemeinsam mit den Vögeln und mit den anderen Tieren auch. Man lebt hier in dem Moment und genießt einfach die Atmosphäre dann. Das Leben auf Fehmarn hat sie nachhaltig geprägt. Ich habe vor allem gelernt, dass ich mir selbst genug bin, dass ich gar nicht so viel Impulse von außen brauche, sondern dass man eigentlich mit dem, was man selber mitbringt, dass ich damit total viel anfangen konnte. Also man findet hier wirklich auch zu sich selbst. Wenn sie nach Hause zurückkehrt, will sie weiter ehrenamtlich im Naturschutz arbeiten. Überlegt sogar, hauptberuflich einzusteigen. Bei Beate am Südstrand läuft es durch Wachsen. Eine Schlange wie diese, selten in den vergangenen Wochen. Das Wetter war zu unbeständig. Banane, Mandarine. Ja, und dann Sonnenblumenkerne. Auch die weltweite Krise bekommt sie zu spüren. Jetzt so im Juli merkt man so allmählich, dass einfach das Geld knapp ist. So eine Saison habe ich noch nicht gehabt. Corona war auch spezial, aber da war es einfach richtig voll. Und jetzt ist es so. Wenn es richtig Top-Strandwetter ist, dann ist es voll. Also heute ist ja auch nicht so top, aber jetzt ist ja wenigstens schon mal ein bisschen Bewegung. Aber sonst normalerweise ist die Schlange, da geht sie ja fast bis zum Filmare oder bis zum Parkplatz, je nachdem, ob so oder so eingestanden wird. Deshalb freuen wir uns ja heute. Es gibt so ein bisschen Hoffnung. Also mal schauen, wir haben ja noch drei Wochen Hochsaison. Nächste Woche sind alle Bundesländer da. Da kann es auch gerne mal richtig krachen. Denn abgerechnet wird zum Schluss, weiß sie aus Erfahrung. Zweimal Bananenpack mit Himbeeren. Yannick war doch noch einmal da. Entschieden hat er sich bisher nicht. Er ist mitten im Prüfungsstress. Ich möchte eigentlich nur, dass er übernimmt, wenn er es mit dem Herz übernimmt. Nicht nur, weil ich das gerne möchte. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man einen Beruf hat, den man nicht mag. Also auch das wird sich finden, da bin ich eigentlich immer ganz entspannt. In meinem Leben hat sich immer das alles so gefügt, wie es richtig war. Und das wird sich jetzt auch fügen. In zwei Jahren plant sie aufzuhören oder nur noch zu arbeiten, wenn sie Lust dazu hat. Ich freue mich drauf, die Verantwortung ein bisschen abgeben. Ich komme um zehn und gehe um 18 Uhr nach Hause und dann habe ich Feierabend. Dann habe ich eine Radtour und gehe mit dem Hund oder trinke ein Glas Wein auf der Terrasse und alles prima. All das habe ich jetzt nicht. Und das fände ich ganz schön. Ein bisschen was um die Hand muss ich ja haben. Kommende Saison will sie aber noch einmal durchziehen. Zeit zum Chillen im Wake-Park. Abende wie diese sollen abseits der Kurse Gäste anziehen, die sonst nicht unbedingt kommen würden. Auch die Eltern feiern mit. Während der schwierigen Planungs- und Bauphase haben sie Chris und Wolle unterstützt und den Stress hautnah miterlebt. Wir hatten eigentlich nie und zu keinem Zeitpunkt Angst, dass es nicht läuft. Aber es sind so viele schwere Situationen gewesen und so viele Stolpersteine lagen da im Weg, wo ich so manches Mal für mich gedacht habe, warum lassen die das nicht einfach, dass es bevor sie wirklich verschuldet irgendwo dastehen. Neun von zehn Personen würden gesagt haben, ich habe die Schnauze voll. Wir haben es versucht, aber es ist nicht gelungen. Und die beiden haben durchgehalten. Nur gut. Die leben hier ihren Traum. Und das, was hier ist, das sind die beiden einfach so. Und da sind wir echt unfassbar stolz drauf. Mittlerweile haben sie sich ein Team von 40 Mitarbeitern aufgebaut, um ihre Ziele zu verwirklichen. Dieses Jahr haben wir angefangen Events zu machen. Letztes Jahr ging das runter und drüber. Wir hatten die Bauphase, es ging direkt los, der Betrieb. Wir hatten gar keinen Kopf für sowas. Und dann sagte Wolle, das war sein Wunsch, dass wir so ein Event wie heute machen, ein immer wiederkehrendes Event. Und das war letztes Jahr gar nicht möglich. Das ist eigentlich das A und O, dass wir nicht im Jetzt feststecken, sondern an morgen denken oder an die nächsten Wochen denken, an die Gestaltung der Saison denken. Ey, Finn, mach mal DJ Graf. Ja, das ist DJ Graf. Das ist schon eine Form der Belohnung. Aber irgendwie ist es immer noch unwirklich. Wir sind eigentlich nur noch die beiden Jungs, die irgendwie sich ein Luftfloss gebaut haben. Und das ist immer noch ein Film, der abfährt. Wir realisieren das immer noch nicht. Auch Jérôme ist wieder dabei. In zwei Tagen fängt er hier an. Mal abgesehen davon, dass die das Teil hier aufgebaut haben, was wirklich ziemlich cool ist und ziemlich viel Spaß macht, sind Chris und Wolle halt auch so zwei ultra liebevolle Menschen. Und ich kenne die schon ziemlich lange damals, als ich noch ganz klein und jung gewesen bin. Da haben die mir teils das Wakeboarden noch beigebracht, wie man so die ersten Tricks macht, die Basics. Das wurde einfach eine Freundschaft. Zwei mittellose Studenten ziehen eine neue Touristenattraktion auf Fehmarn hoch und machen ihr Hobby zum Beruf. Allein, sagen beide, hätten sie das niemals durchgezogen. Unsere Freundschaft ist ja eher, wir haben das ja irgendwann mal als eher eine Brüderlichkeit definiert. Und ohne die würde es einfach nicht funktionieren. Also das ist das allerwichtigste und das größte Gut, glaube ich, in diesem Unternehmen, dass das zwischen uns immer eine Harmonie und eine Astra-Nichimi ist. Und das ist einfach das, woran es hängt, glaube ich. Also Zahlen oder Erfolge oder irgendwas, ist alles nichts wert, wenn das zwischen uns nicht läuft. Und demnach handeln wir wie Brüder, sind aber beste Freunde und so läuft das Ganze. Durch die Modernisierung zieht das Ahoi-Camp eine neue Generation von Campern an. Mehr Lifestyle, weniger Rasen mähen. Kurz bleiben, genießen und weiterziehen. Das liegt im Trend und bringt Geld. Die Dauercamper haben das Nachsehen. Tatsächlich hatten wir das Glück, in der ersten Reihe zu stehen, viele Jahre. Und was wir aber auch verstanden haben, wenn jemand einen Campingplatz übernimmt, muss auch erst mal Geld in die Kasse kommen. Und wir wurden alle vorne gekündigt, weil man halt mit Durchgangscampern auch mehr Geld verdient. Und das ist auch, es hätte jeder so gemacht. Aber für uns persönlich war es natürlich erst mal traurig. Aber wir haben alle adäquate Plätze angeboten bekommen. Und die Jungs, die sind entspannt und die sind auch wirklich nett. Dafür gibt es jetzt Animation. Ja, die sind schon mal ganz aufgeregt. Sehr gut. Ja, also ganz lieben Dank und ganz schönen Nachmittag und Abend euch alle. Es gibt in der ersten Linie zwei Gründe, warum das Ganze so ist. Weil der Platz auch ein bisschen luftiger gestaltet werden sollte. Und weil wir natürlich in erster Linie unser Geld in der ersten Reihe verdienen. Und hier den teuren Platz, den wir gekauft haben, dann damit wieder finanzieren können. Und das stößt im Großen und Ganzen auf Verständnis. Jens und ich steigen mit drauf. Versprochen. Ich muss nur ein bisschen mehr ablegen. Ihr könnt jetzt wählen, ob ihr lieber Jens nehmt oder lieber mich. Ach, ne? Vater, wir müssen uns kurz besprechen. Ich bin nämlich. Damit sich die Gäste schneller kennenlernen, hat sich Johannes die Monster-Sub-Challenge ausgedacht. Ja, bin ich mal gespannt. Ich denke, wir werden dahin zur Ruhe, da die einmal umkurven und wieder zurück. Mal gucken, wer schneller ist. Voller Einsatz für die Gäste. Das schweißt zusammen und lässt sie wiederkommen. So der Plan. Immer mehr Camper wollen Spaß und Qualität. Den Empfangsbereich und das Serviceareal haben sie schon erneuert. Fangen wir mal so an, Efi. Welches Gemüse magst du denn? Mais, ne? Glaub ich? Ja. Und Gurke. Und Gurke? Aber Gurke kann man nicht grillen. Ja. So, komm. Wir gucken mal hier, wie warm das schon ist. Eben noch gearbeitet, jetzt Auszeit mit Familie und Freunden. So hat sich der 42-Jährige das vorgestellt. Jetzt aktuell ist die Auslastung voll. Ja, aber so muss das auch sein. Sonst werden unsere Planungen nicht so gut gewesen. Also Mitte Juli bis in den Augustinern muss ausgebucht sein. Das seien derzeit auch die anderen 16 Plätze. Fehmann zählt zu den Top-Camping-Revieren. Mit diesem Platz, der zehn Jahre irgendwie so ein bisschen vor sich hingedümpelt ist, was daraus zu machen. Und wenn man jetzt hierher kommt und sieht, wie das alles läuft, ja, alle Achtung, geht schon. Peace. Cool, in den Türen! Da kann man sich gut versprechen! In den Randmonaten wünschen sie sich noch mehr Auslastung. Ziemlich genau vor einem Jahr saßen wir auch schon in ähnlicher Konstellation zusammen. Und ja, es fühlt sich jetzt so ein Jahr später, wo man letztes Jahr hier die ganzen Ideen gemeinsam entwickelt hat. Und wie machen wir dies, wie machen wir das? Dass wir das jetzt auch größtags umsetzen konnten, das fühlt sich schon ganz gut an. Und gerade bei so einem Sonnenuntergangsatmosphäre, ja, ist das nochmal ein Moment, um innezuhalten, um das letzte Jahr auch nochmal Revue passieren zu lassen. Ehrlicherweise erhoffe ich mir, dass das genauso bleibt hier, wie es jetzt ist. Und dass wir das alles noch schöner machen können. Und wir möchten weitere Campingplätze noch entwickeln und so ein bisschen in diesem Bereich weiterbildern. Das gefällt uns schon gut. Inselträume. Hier auf Fehmarn scheinen sie sich zu erfüllen. Hier auf Fehmarn scheinen sie sich zu erfüllen.